So Leute, heute zeige ich euch mein selbstgehörtes Zappwoofer System Magnaz, 260 Watt, auch 260 Watt der hat 250 Watt Zappwoofer ist der, der hier in der Mitte der hier in der Mitte und die oberen Teile sind Lautsprecher los geht's Joa, und dann seid ihr mal wieder, euer Pyrofarber Lülle